Na, Baldi, kocht die Mama heut schon wieder, ne? Naaah. Du, scho hier, ham sie's wieder mal mit den Ufa entführt, ha? Naaah, heut hat's Wurst. Schau da was an. Was woscht denn die Mama? Zuerst die Fies, dann das Gesicht. Baldi, trink was. Ja, das glaub ich auch. Was is des? Aperitif. Schmeckt wie ein Obstler. Das hab ich gar nicht bestellt. Das geht aufs Haus. Zur Feier des Tages. Ist schon's jüngste Gericht? Nein, wir haben neue Eröffnung. Wir gehören ab heute der Bank. Der Betriebsberater von der Bank hat gesagt, unsere Speisekarte entspricht nicht den Erwartungen an eine zeitgemäße Küche. Was is eine zeitgemäße Küche? Na, wenn die Suppen am Zeug am Tisch steht. Nein, nein, scho. Wir müssen die urbane Aufkundschaft im Business-Segment ansprechen. Was? Im Business-Segment. Der wen? Die Gspritzen aus dem Bürohast. Ike, 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 Schnitzel. Haben wir nicht. Was? Das heisst jetzt anders. Nämlich? Hol ein Brunner Hausser im Krottonmantel zurückhalten frittiert. Im Felsendorf eine Speisung von gestern. Das mag ich aber nicht. Das is aber dasselbe. Das is nicht mehr, Döller. Hast du nicht gestern ein Reisfleisch gehabt? Ja. Na, hol's dann. Dann is deiner. Das is ein Kulasch. Hast recht. Dann is deiner Hausser. Gebiete. Magst die Döller nicht einmal gescheit anwaschen? Ich weiss nicht, was du hast. Da hat jeder Stammgussziräger einen Döller. Das is der Herr Zwieschner. Die Frau Vogel. Der Hofrat Gruber. Das schon. Ihr hattet seine Zähne vergessen. Der magts auch nicht mehr lang. Das is deiner Schlageringsschule. Ah! Und da haben wir die Beide. Geh. 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 Ich rutsch mir schön. Toi, toi, toi. Oostler, was willst du haben? Ich krieg Würstchen mit Saft, bitte. Gebt's nicht mehr schon in die Karten. Na, na, na. Na, Oostler. Schau mal. Das traditionsreiche Kaffee Plunzen, ehemals Espresso-Bauchstich, wurde im Jahre 58 von Beatra Vogt und ihrem Garten... Na, 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 na. Das ist die geschichtliche Einführung, oder? Das ist zeitgemäß. Blau auf. Na, is ich keine Würstchen mit Saft. Da. Lachsenburger Landschwein im eigenen Darm mit einer Reduktion vom ungarischen Paprika im Dialog mit der Jung Zwiebel. Das ist alles wegen der Illuminati. Na, bei uns is alles mit Glutamate. Na, geht. Das ist alles nix. Mach' mir mal ein Lange, bitte. Na. Na. Na, was heißt na? Das heißt jetzt schnell gebrüht aus der Kolumbianische Kaffeebohne in der offenen Tasse serviert mit geschämmter Ramsauer Inzmilch. Sag' mir, Egon. Was? Hast du noch irgendwas Normales? Natürlich. Wir sind ein Traditionsbetrieb. Spezialität des Hauses. Komposition vom geschabten steuerischen Stallrin, parfümiert mit markfrischem Majoran. An Mousse de Bom de Deer. Das klingt aber nicht sehr traditionell. Was soll das sein, bitte? Fleischlauer mit Ehre verberechtet. Mahlzeit wollte ich losgeruchen. Das is a Wiener Schnitzel für Lilliputana. Nein, das is zeitgemäß. Macht 12,90. Das kostet doppelt wie früher. Dafür sind die Portionen auch dreimal so klein. Alles zeitgemäß. Geh, weißt du was? Mich kann's die ganze Zeit gemäß gehören haben. Ich is Wanderers. Zuerst. Baba. Das ist auch ein Kind. Der ist vom CIA-FBI. Was los, Beute? Trink was. Okay. Ich will das. Bitte sehr, bitte gleich. Auszug von heimischen Gletscher 1. Parfümiert mit naturbelassenen Kleidioxen. Was is des? Ich weiß. Alles gut. Das ist auch ein Kind. Das ist ein Kind. Mach. Es ist ein Kind. Das ist ein Kind. Vielen Dank.